Musik Von 1880, das sind die Jungs da. Das sind die Jungs vom Münchner Ruderclub von 1880. In der Mittelbahn, das ist die NRW-Kombo. Das ist der Ruderclub Hansa aus Dortmund. Und hier unser Land, das sind die Herren von Waschlinge. Die Damen aus Hamburg, da hat die Buchspitze vorne. Aber jetzt kommt ja mal Zehauter. Der Wannsee-Express, ehrlich, zieht doch mal richtig rein. Sollte das hier eine Sensation geben? Das sind noch wenige Schläge und die haben die Buchspitze vorne. Oh, das wird ganz eng. Der hat verloren. Und jetzt müssen die Krefel erbunden. Mit der Unterstützung des heimischen Publikums ab ins Viertelfinale. In the air, put your hands up in the air, put your hands up in the air, put your hands up in the air. Außen Krefeld, dann der Atlas spricht aus. Ab euch, dann der Ruhr. Oh, Düsseldorf ist vorne. Düsseldorf ist vorne, kann Krefel das noch schaffen? Oh, das wird genauso spannend. Jetzt ist die Punkt Nummer zwei. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, Rundsitz auf den letzten Stiegen. Eine Bote bei Gau. Oh, 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 oh. Aber Luftkasten reichst am Ende für die Frankfurter Kumen. Ivan Saric feiert sich gewohnt für Scheiben im Maschinenraum des Frankfurter Haarstern. Der Ackermannachter kann nicht ganz gegenhalten im Leihboot. Und so ist es der HV Münster vom Trainer Manni Bayer, der sich das Derby sichert. der HV Münster-Heinraum des Frankfurter Haarstern. Die HV Münster hat knapp geschlagen. Ja, da war es so schön. Ja, da war es so schön. Jetzt kann sie auch auf den Betrittplatz freuen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR im Auftrag des WDR Sieger in der 2. Bundesliga ist der Münchner Ruderclub von 1880. Und jetzt nochmal ein Jubelbild für die Fotografen. Das ist natürliche Freude, nicht nur für die Fotografen, das kommt von Herzen. Und ich bin sicher, dass auch jetzt gleich der eine oder andere Steuermann gleich noch gewassert wird, wenn alle drei durch sind. Hochdrei! Die erste Bundesliga! 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 Vielen Dank.